Jo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen und weiteren Folge Rainbow Six Siege mit dem fast altbekannten Grupp. Wir haben heute wieder einen Gast dabei, und zwar Sky. Ja, wir sind auf Bank und würde ich sagen, let's go Leute, wie geht's euch denn überhaupt so? Joa, 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 joa. Joa, kann man machen, ey. Ich sag dir, ich schreie, sag ich mal so. Ja, weil wenn nur ein brennt, der pöttest, ne? Oh, nice, hallo. Oh mein Gott, bist du laut gewesen? Ich hab mich erschrocken. Was kam also durch die Kluft aus der Hölle, jonge, jonge, jonge. Hallo. Ich bin auch noch da, hallo. Hallo, ich bin The Man, und ich hab The Man auf meinem Schoß, was mich wärmt. Ich wollte gerade sagen, mittlerweile haben Sarah und ich ja beide eine Wärmflasche am Start, beziehungsweise Körnerkissen. Ist bei Sarah drin, genau. Ja, kann man so. Bei mir dann eine Wärmflasche, weil es ist wirklich, wirklich kalt geworden, ne? Also jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, ja, 14 Grad ist für viele ja noch eigentlich Sommer. Für mich ist es schon tiefster Winter. Ja, fühle ich. 17 Grad, da ist ein Tiefchen rausgegangen. Ah! Ja, 17 oder 14 Grad, das ist ein Unterschied. Ich hab noch einen Block gesehen. Und wenn man in der Wohnung gerade mal 16 Grad hat oder so, dann ist es kalt. Also ich hab jetzt hier 22 Grad und hocke im T-Shirt hier. Ja, 22 Grad ist auch so ne Temperatur, die ist okay. Ja, da würde ich mir trotzdem noch überlegen, ob ich mit Wärmflasche vielleicht rausgehe. Aber grundsätzlich ja. Also, just saying, die haben noch nen Dock. Den haben wir noch gesehen. Perfekt. Döck-Möck. Hoopie. Dick. Äh, nein, nicht Big Mac. Handeln. Rück mal, Korgel! Aber ja, Big Mac, Bandeln weg. Wir haben gar keinen Big Mac. Wir haben mal die Tür auf. Asami. Ein bisschen Angst vor Stock, wenn ich ehrlich bin. Salami. Banana. Erster Call bereit, wenn nötig. Ja, bitte. Kommt. Ist raus. Oh, scheiße. Ich hab ein bisschen Angst, dass die Puls haben, ne? Oh, Gott, das ist mir. Leck mich. Äh, Long Desk. Ich renne mal durch. Yo, scheiße. Mira. Okay. One last. One war aber auch nicht rein, ne? Wow, ja. One, ist sie. One on site bei dem Desk. Passport. Ja, was ist das? King Red? Ich hab den. Schön. Oh mein Gott, Ebene. Der Wallbangt, hello. Ich hab den Warden getroffen. Ich renne, ich renne in Stock rein, ne? Linke Stockwindow, ich springe durch. Rechtes Stockwindow zur gleichen Zeit. Der Doc steht davor und schlägt es an. Er rafft nicht, dass ich in dem Window neben ihm einfach reingesprungen bin, ne? Profi. Geil. Richtiger Profi. I like it. Richtig. Geil. Ja, saftig. Knaftig, 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 schrecklich. Karli, weg, wann nehm ich den, Don? Nehm ich Strike-Camp? Ja, das war ich, tut mir leid. Ich hab mit Glass gerade Outside-Gang. Den nehm ich Strike-Camp. Oh yeah. Guck mal, ob ich Lobby aufmache. Aris, wo gehst du rein? Je nachdem, ich vermute, ich gehe nach oben. Main, ATM. So oder so. Also ich greife meistens über ATM-Seite an. Weil ich bin ja gerade als, ähm, ich wollte gerade wirklich sagen, äh, als Jekyll unterwegs. Äh, bietet sich dann an, die ganzen Roamer abzufischen. Ja. Aber sie sind unten, oder? Ähm, die wird noch nicht bestellt, oder? Ja, 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 ja. Okay, äh, dann serviere ich euch mal die Tresor-Camp. Nein, ich bin mir darunter gefallen. Äh, ich steppe. Ich gehe mit Twitch unten in den Garage rein. Ich packe mal ne Cam, packe ich Open Area hin. Siehst du was? Ich lasse meine Drohne einfach stehen. Das wird hier sonst nichts, was ich mache. Open Area ist auch jemanden, äh, Kitchen. Da in der Ecke. Also die haben unten Wii in Forst, also. Ja, die sind auch in Office. Da waren wir... Open Area. Nein, 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 ja. Basement, irgendwo, wo sind die? Ja, ja, aber die spielen Open Area Office an. Denkt an die Cam hier in Lobby. Mhm. Einer muss mit mir, Gerwitsch, bitte, einer mitkommen. Sky, vielleicht du? Mit dir mitkommen, ja, kann ich. Gerwitsch, ja. Ich muss bloß portieren gerade. Falsch gespawnt, okay. Geh mit, Ares, mit. Die Garage ist zu. Perfekt. Aber die spielen da mit einer Mira, definitiv. Äh, Elevator Hatch ist auch offen. Ich habe wo euch denn die Steps? Mira, bin da offen. Unten. Ich bin gejobbt und ich bin gestorben. Aber ich habe noch einen geholt. Drohne mal, Gridlock, drohne mal. Sehr schön. Ich will dann, bin noch ran. Ob die Tür links zu ist. Also in Vault wird auf jeden Fall noch einer sein. Ö ist zu, ja. Links auch? Links ist zu, ja. Zur Stairs ist auch zu. Die geradeausend. B-Window ist halt einer. Die Salami. Dropper, Achtung. Mira, Window ist frei gerade. Also steht auf jeden Fall keiner close dran. Asami B, ja. Hab mich erschossen. Oh, fuck, ey. Hab sie. Sehr schön, sehr schön. Die ist da links. Vault, Vault, Vault. Hier wird die sein. Am Mundo, am Mundo, am Mundo. Hier, Ping 2. Jawoll. Sehr gut. Oh my God, mein Aime, bitte nicht. Doch. Hammer drauf jetzt. Lol. Sah gut aus. Ja gut, ist halt auch die F2, ne? Ah. Ich fand die alte F2 besser. Oh, dieses Lavendel. Dieser Lavendelduft, ne? Ha, ist das schön. Der Lavendelskin, dachte ich gerade. Lavendelskin. Das wäre genau das Richtige für unser Schäfchen. Ja, hab ich doch. Ey, oh, was ist das? Ja, Smaragd oder Amethyst. Entschuldigung. Amethyst. Ist auch der so ein Amethyst. Am besten noch mit so einem Schäfchenanhänger. Dann ist Sarah komplett on fire. Wir werden nur noch Siege machen. Ja. Nichts anderes, ne? Nie wieder. Okay. Bin ich voll dafür. Ich nicht so. Doch. Siege macht ultra Spaß, aber ich hab aktuell, also Solo hab ich in Siege null Bock mehr. Ja, warum wohl? Also ich hab's, hin und wieder spiel ich ja noch Quickmatch, aber selbst da ist schon Solo. Quickmatch, Quickmatch hab ich gar keine Nerven für, wenn ich ehrlich bin. Nee. Ich hab jetzt vor ein paar Tagen einmal Duo gespielt. In mehreren Runden. Das hat echt Spaß gemacht. Was? Kann ich Kali kriegen? Na. Bitte. Du kannst nur mitnehmen, ihr habt die Pistol. Da geht's ja nicht um die Pistol, mir geht's darum, dass ich schnell mit der Waffe, mit der Sniper das Wunder aufschießen kann, um reinzunehmen. Achso, das meinst du? Ja, gut. Ja, ich weiß auch nicht, was der in Kassel für eine Mission ist, oder? Nur einem gönnt ich nicht. Nur einer hat Angst, dass ich zu viele Kills hat als er. Genau. So ist es. Den tüge ich natürlich gerne ab, damit du auch eine Chance hast. Ah, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Bitteschön, bitteschön. Das ist so eine Hassliebe bei euch beiden, oder? Also, ich war ernsthaft. Es geht. Also bei ihrem Stream bin ich immer der leise. Das stimmt, da hat er nicht so eine große Fresse. Ja, das liegt daran, weil er im Stream nichts zu melden hat. Hä, was für? So, das war dann mal deren Dog. Sie legt ein Handy rum. Hatte man Bock zu telefonieren? Ja, das ist geil, ist halt der Marsch der Welt. Äh, Sky, wo bist du? Ja, hier oben, wenn... Es ist so geil, wie er langs liegt. Das ist geil. Hier bitte fluffige Duck runterlegen. So, tschüss. Tö, 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 tschüss. Juhu. Hatten einen Anruf, Freddy, ne? Einer ist hier, glaube ich, irgendwo. Oh mein Gott, da ist mir das trocken. Anruf ist raus. Ups. Ich weiß nicht, ob er immer noch hier ist. Warte, ich droh mal. Äh, maybe Banana, 90. Er ist hier, Ping 2. Carsten wusste, dass ich da bin. Stock, stock, stock. Sarah, ich hab Stock. Richtig, Galeri. Ah. Schön. Mein Gott, den hab ich noch. Oh, noch einer ist Stock. Stock, stock, stock. Oh. Trading Room ist der Vigil. Einer ist noch Stock. Nein, Kali, ich glaube, du musst langsam mal... Mein Gott, er ist durch, er ist durch, er ist durch, er ist durch, Sarah. Warte auf mich. Ich glaube, du hast ihn irgendwo links gehört, gerade, wenn ich... Ja. Der Nenner ist noch frei. Könnte ich da mit dem Schrank stehen, ne? Ah, passel. Oh, fuck. Bei dem Schrank. Ich hab ihn gehört gehabt. Er ist durch. Beim Durchgang zu Banana-Made. Es war, es war, es war, es war. Oh, mein Gott. Sorry, ich bin zu spät in die Cam gegangen, unlucky. Fuck. Okay, das ist einfach so eine gesunde Schuld. 2-1. Mal wieder 2-1. Eigentlich eine gute Ausgangssituation. Ja, dafür, dass wir Angriff fahren. Ja. Obwohl wir zuerst runter. Können wir gerne auch probieren, ja. Dann nehme ich C4 mit. Äh, Peesh, machst du wieder Lobby und Elevator? Yes. Du machst Open Area? Genau. Wunderbar. Denkst bitte unten an die Wollt. Nehme ich überhaupt. Ah, ich probiere es mal mit Capcom. Capcom, der Capcom. Capcom ist auch D. Du kannst sogar vielleicht Richtung Lobby oder Open Area mal 2 Traps reinbatschen. Ja. Das heißt, er weiß, macht bitte unten dann die, ne? Nee, wirst du schon. Wände. Ich kapp mich auf Wände. Ja. Nee, 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 nee. Ich wollte gerade sagen, danke, C4. Ungecheckt. Ja, die, die, die Wand muss noch zu und die Richtung, ähm, Server. Die beiden Server-Walls können mal... Achso, äh, Sarah, wenn du oben bist, machst du die Hedges? Kann ich machen. Perfekt, dann kann ich uns direkt verstärken. Okay, die kleinen Penisse. Haben da schnell gescheckt. Elevator ist auch schon zu. Keine Wand mehr verbrauchen, bitte. Ja, ich brauche noch eine. Jo. Sarah, schnell weg. Das sieht aber gut aus. Lass sie mich herrischen. Äh, Sky? Ja, ich glaube. On-site mit deinen, äh, Camps. Ich habe die jetzt auch überwiegend on-site platziert. Ne, ne, zumindest. Ähm, einer rappelt hoch zu Skylight. Über Square. Auf die Camps bringen muss. Hä? Wie? Einer geht jetzt hier Richtung Aris. Einer geht Richtung deine Tür, vorne. Mhm. Wenn Aris seine Fähigkeit aktiviert sieht, äh, der muss sie nicht. Ist das so? Ja. Square Door ist übrigens oben offen. Die rennt rein. Ist jetzt hier im Hallway Richtung... Hm. Äh, was ist das? Janitor. Oben. Das ist die Doka. Lohnt sich jetzt auch nicht mehr, das Ding aus. Im Schlop. Haupt-Lobby. Haupteingang. Kapkan hat einer gefressen. Okay. Du wirst wieder getrackt, Aris? Ich weiß. Lobby, drei Mann. Okay. Das heißt, sie gehen auf die Hedge, oder? Ich bin bei der Aris, oben. Gut. Einer liegt injured. Bei Dad. Hier. Ähm, Stairs. Sehr schön. Sehr schön. Richtig. Last Gang. Genie Camps. Ja, die wird auch oben sein. Bei mir. Wo sind die Sarah? Ja, ist aber ganz oben, Schatz. Treppe richtig, aber ganz oben. Second Floor Hallway bei den Ministers. Alles klar. Hacke. Dann pushen wir nicht, dann pushen wir nicht. Wir ziehen uns zurück. Ja, ist so. Die muss kommen. Die muss kommen. Ihr macht das schon. Sarah, zurück. Ich hab die Kamera. Ich hab gerade aber einen Winkel. Ja, lass den Winkel so. Bleib Sarah da. Gai. Bleib da. Du hast's. Ich hab dir die Treppen zur Server runter. Gut. Nimm aber die normale Waffe. Ich halte Sarahs Kamera. Okay, Sarah kommt langsam auf Ping 4, ist jetzt bei der Treppe und kommt jetzt runter. Ja. So schön. Brav. Weil du dich nicht bewegt. Ja. Gut. Super. Ihr seht's vorne. Teamwork. Ich sag's. Teamwork. Joa. Joa, du. Joa. 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 Nehmen wir mit. Wenn's sein muss. Hm? Sie dürfen Kite-Action machen. Oh, dankeschön. Hm. Das ist ja nett von Ihnen. Gerne doch, die Dormi. Boah, ich hab so Hunger irgendwie, ne? Ja, kannst ja nach den Aufnahmen... Nomm, nomm, melken. Ich geh erst mal wieder hin. Erstmal wieder schlaf. Stundi. Ja, erst mal noch ne Stundi kurz schlaf. Das wär nicht so aus. Wir können, dass du heute noch einen Terminplan hast, ne? Ich hab noch einiges vor, ey. Jetzt mal gucken, wie ich das mit dem Streaming machen. Vielleicht mal Streamy Pau-Zee. Jawohl. Wie viel Ees möchtest du hinter Wolter setzen? Du so, ja. Ja. Streamy Pau-Zee. Hier, guck mal, kannst du deine Kite-Kralle sogar reinwerfen, Sarah? Ich hab dir mal so ein Löchlein da gemacht. Und die Schublade da oben, das Fach da oben drüber macht die Fenrir. Wo ist die... wo ist die Drone hier hin, hm? Oh, ich muss noch Richtung Stock, seh ich. Main? Ich war zu spät. Full Stock. Full Stock, wir noch. Der hat mich weg, Digger, Jekyll. Wir müssen sofort nach oben. Ja, du hast auch offen. Lass Sarah da gleich alleine. Und das wechseln! Er kommt jetzt die Square Stairs hoch. Sehr wahrscheinlich. Irgendwo bei dir, Aris, müsste da sein. Ja, auf den Stairs. Hat Hits. Schießt die Kärme weg. Sehr schön, er wohnt so abgelenkt. Wem ist das, Dad? Oh, zwei, zwei. Oh mein Gott. Ich hab gesetwicht. Da warst du heute die Milch. Äh, was? Die Milv-Schnitte. Ach, der ist schon durch. Oh shit. Ja, Sarah, der kann schlecht auf dem Haube. Klaneta, jetzt am Breach. Haube, Haube ist frei, Haube ist frei. Oh Gott. Jetzt kommt Haube einer. Push Long Death. Red King. Ja, ich kann. Ja, ja, kann es. Er hat sich den auch nicht getroffen, hat BTF. Aber es war auch irgendwie doof von mir. Ich bin viel zu spät am Stockwindow gewesen. Ich wollte nämlich eigentlich noch was rauswerfen und hätte dann maybe ihn holen können. Ich hätte den Jack is so jinxen können. Ich wollte gerade auf den anderen Bot wechseln und dann war es schon vorbei. Noch mal noch? Ja, oder? Ja. Okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Ich hab jetzt gerade irgendwie so diese inneren Ängste, dass ich doch Soundprobleme bekomme. Aber eigentlich ist es die letzten Tage nicht vorgekommen im Stream nach dem neuen Update. Aber diese innere Angst ist irgendwie immer noch da, wenn man das seit zweieinhalb Jahren hat. Wenn du Bock hast, dann nochmal zu Ui Connecten gleich. Mach es. Ist ja kein Ding. Nicht, dass wir hinterher hängen, Arsch, wir Aufnahmen machen und können nichts verwenden, bei den Crashs jetzt und nichts verwenden können. Ich ruf gleich einfach mal nach dem Match rein, raus. Dann haben wir noch zwei Runden, wo wir auf jeden Fall safe, safe sind. Ich hätte noch einen Steadycam. Oh, sorry. Alles gut. Wollte nicht blocken hier. Alles so Pidupi. Meint ihr, ich bin Asolster genug für eine schöne Spawn-Pied? Ja, ja. Wahrscheinlich werde ich's hart verkacken, aber versuch, mach klug. Square, Square wird gedroht. Ich hab's versucht. Alles gut. Äh, bug hat sie mich. Unten, unten schon drin, unten schon drin. Electric. Checker. Wenn jemand in meine Stockcam gehen, bitte. Der Tod ist. Hm. Hab ich. Ja. Da kommen mehrere. Redping einer und zur linken auch noch einer. Rechts. Rechts in der Ecke, ping drei und einer link ins Fenster. Ja, ich hab's verkackt. Shit. Er ist Inside. Mann, die pushen einfach über Stock. Ich glaub die Docker. Schön, schön. Square. Oh, oh. Ja, die sind beide in Staff-Room. Almos und Nomad. Einer ist da oben. Ich hab ihn nicht getroffen. Klappe. Ja, aber schön. Ich war's diesmal nicht. Ich war's nicht. Ich bin Targeted. Stairs. Stalk, Stalk, Stalk. Du kannst immer noch rotieren mit deiner Impact, ne? Also Stalk höre ich. A-Spiel. Sehr schön. Und Nomads wird's wahrscheinlich auch da sein. Spiel safe, Spiel safe. Wie er den einfach trotzdem haben will. Stalk. Nice. Uff. Okay, ähm, Schatzi, Stalk. Aufpassen. Ja, der wird's lernen zu kommen, denk' ich. Und? Oh, wie der Westen eine Drohne hat. Brusi-Wechsel. Besten. Genau. Ja. Sehr schön. Ja! Sehr gut. Oh mein Gott. Was war ein geiles Ding? Sauber. Braves. Das war wichtig, weil guck mal, sie hat ein bisschen weiter nach rechts geguckt, wo du eben noch standst. Oh yeah. Sehr schön, ja. Uh. Leute, das war's mit dieser Runde. Super. Ähm, checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab, da sind die Kanäle von Aris verlinkt. Ähm, ja, da würde ich sagen, kurz und knackig sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, oder Leute? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschü-Lü. Bye-bye. Tschü-Lü. 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 Tschü-Lü.